Ja, das ist natürlich ganz wichtig, dass man einen richtigen Partner hat. Das ist aber auch etwas Glückssache. Außerdem, jeder Mensch ändert sich im Laufe der Zeit. Und auch ein Partner, bei dem man meint, der passt wunderbar zu mir, der kann sich nach fünf oder zehn Jahren entpuppen, dass das nicht so ideal ist. Damit muss man auch immer rechnen. Oder dass man sich selber in irgendeine Richtung entwickelt, wo der Partner das meint.